Lassi! Da hört man's auch schon wieder glitzern. Bestimmt wieder ein Schlüssel in dem Spiel. Mhm, sonst hätt's ja nicht geglitzert. hisser Ich höre es nirgends zu glitzern. Ich höre es nirgends zu glitzern. Ich glaube, bis jetzt hört man es noch nicht glitzern. Ich glaube nicht. Yo! Eher abspringen, oder was? Oh Gott, Alter! Aber das ist schon wieder scheiße. Wenn man einmal vorbeispringt, muss man sich sterben lassen, damit man das wieder versuchen kann. Boah. So was mag ich nicht. So was ist ätzend. Okay, das ging ja noch. Ja, die von Kleinanzeigen hat mir geschrieben. Hermes. Nee, das war die gar nicht. Das war eine andere. Hä, warum hat die mir die Quittung geschickt? Ach, wann versehen. Nein, das war die gar nicht. Das war die falsche. Das war eine andere. Die hier ist das, oder? Nee. Doch, die hier ist das. Die hat mir immer noch nichts geschickt. Äh, Chantal. Schick mir die... Sag mir, dass du das losgeschickt hast. So, nächster Stern. Oh, dieser, dieser Zeitblock, diese Zeitblock-Galaxie da, die könnte auch ätzend werden. Ach so, war das jetzt überhaupt der erste Stern? Warum kann ich das manchmal skippen und manchmal nicht? Also, muss ja der erste. Ja, ja, war der erste. Gut. Oh, hallo. Na los. Jump. Yo, der ist so lahmarschig. Gut. Gut. Bo-bo-bo-da-bo-bo-bo-ba-da. Da-da-da. Das sind die Sternteile, die glitzern. Oh Mann, ich hab schon wieder das Geglitzer gehört. Sonst ist hier kein Geglitzer. Hä? Aber hier schon das Ende vom Level? Kann man sich umsehen? Kann man. Da ist was. Ich glaube, da ist was. Moment mal. Ja, 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 genau. Okay. Okay. Nicht da rein. Nein, nein, nein. Einmal vorbei. Jawohl. Oh, no, komm. Komm, 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 komm. Uh, wohin? Uh, Glück gehabt. Jambi. Hallo, ich möchte... Hallo? Ja. Jetzt Blindsprung. Easy. Huh. Nicht so easy. Doch, haben wir. Perfekt. War das jetzt der dritte? Oh. Dann muss ja der zweite... Wenn das der dritte war. Wo ist denn... Was war das für einer? Doch, das war der zweite. Okay. Das heißt, der dritte ist dann... Wenn wir den großen Schneebau da kaputt machen, ne? Und dann ein bisschen weiter gehen. Da-ba-da-ba-ba-ba. Dorthin fliegen. Jawohl. Da-ba-da-ba-ba-ba-ba. Ich hab sogar das Gefühl, wir werden noch... ...den... ...einen vollen... ...also einen vollen nächsten Stream brauchen, bis wir das fertig haben. Wir kommen heute vielleicht noch so auf 180... ...190 oder so. Und dann brauchen wir immer noch... ...40 bis 50... ...Sterne. Nee, nee, nee. So, was war jetzt hier nochmal? Ja. Ja, also... ...5 Stunden war aber auch ein bisschen optimistisch, ne? Also, das dauert schon länger als 5 Stunden, oder? Ach, Sternringe. Null. Sternteile. War nicht hier auch noch irgendwo was? Nö? Okay. War eine Falle! Ey, wo sind denn die anderen Sternteile? Aha. Und dann einen noch. Ne, zwei noch. Äh? Moment, da ist noch was. Oh, nö. Ah. Äh, wo waren denn nochmal die Sternteile? Oh. Uh. Ach so, man kann die doch kaputt machen. Sehr gut. Aha. Also, doch. Äh, trotzdem kein Sternteil. Ach, da vielleicht. Oh, sehr gut. Wir werden vorbei. Alter, warum? Dach nicht doch nochmal alle Gegner kaputt machen, oder so. Boah. Oh, hallo. Vorbei. Stopp. Nimm den mit. Alter. Uh. Jetzt darf ich alle nochmal neu sammeln. Was ist passiert? Nein! Boah, ist das ein Drecksgame. Ich sag's immer wieder. Hier ist bestimmt noch... Boah. Ist das ätzend. Ja, ich lach dir nur. Och, nö. Hallo. Nimm mit. Nee, nee, nee. Wo hatten wir denn jetzt noch Sternteile? Oben dann vermutlich. Ne, aber es fehlen noch zwei. Den beschippen nicht beide hier oben. Ach, wo ist der letzte? Hatten wir den gerade auch schon hier? Nee, ne, oder? Ach, das reicht nicht. Ach, als ob. Hör auf damit. Was meinst du mit, wo waren wir? So, wo waren wir? Boah, wo ist der letzte? Äh. Hä? Da ist ja auch keiner drin. Boah. Jetzt nicht aus Panik wieder A drücken. Und drüber irgendwo hinspringen. Ach, was gerade abwesend ist. Oh. Oh, mein goodness. Oh, mein goodness. Hä, als ob. Da? Okay. Was für eine Geburt. Da war, da ist der Stern. Nimm erstmal einen Checkpoint mit. Kann ich hier runterspringen dafür? Nee, hä, wo war der? Irgendwo hier rechts war der. Oh. Als ob wir den da nicht mit getroffen haben mit dem Wirbel. Oh, Nase juckt. Ich hab Angst, jetzt irgendwo lang zu gehen. Und. Und dann, äh, nicht mehr hoch zu kommen. Genau sowas meine ich. Ja, ich könnte natürlich auch wagen, einfach mal zu springen so, aber. Macht das Sinn? Hm. Hier hört man ihn nicht mehr. Hier hört man ihn am lautesten. Ist der hier auf dem... Ach, Moment. Ist der hier auf dem... Nee, der war doch irgendwo am Rand, ne? Man sieht ihn aber halt auch nicht mal, wenn man sich umschaut. Die Sicht ist so schlecht oder so. Keine Ahnung. Der ist assi. Ja, schon. Vor allem. Aber wir haben ja einen Checkpoint. Wenn, dann müssen wir uns halt sterben lassen. Oh. Oh. Okay. Alles gut. Scheiße. Ich hab mir jetzt halt nur gedacht, ne, wenn da eine Münze zum Sammeln ist, dann wird der ja bestimmt kein Tod sein. Oder nicht der Tod war. Und die schicken einen doch nicht mit einer Münze in den Tod, so. Aber ich hab mich trotzdem leicht erschrocken. Ich hab für einen kurzen Moment gedacht, wir sind tot. Ja. Muss ich zugeben. Wäre aber eine schöne Einladung. Ja. Ne, komm, jetzt machen wir jetzt mal die hier. Tic-Tac-Galaxie. Oh je. Sowas ist halt immer ätzend. Sowas ist immer schwierig. Oh mein goodness. Dann müssen wir wieder einen Dreiersprung machen. Frag ich nur, wie man das machen soll. Wenn immer ein Feld frei ist. Da ist einer und da ist einer. Okay, ich hab beide schon gesehen. Es sind zwei Dreiersprünge. Was? Okay. Hm. Boah. Kann man nicht einfach das von hier machen? Boah. Vielleicht ja. Vielleicht ja. Boah. Knapp. Aber ich glaub, es kann funktionieren. Jetzt haben wir hier, glaub ich, wieder zu wenig Leben für. Noch näher ran. Ey, da muss man den Dreiersprung ja richtig genau timen. Boah. Ja, okay. Jetzt haben wir ihn. Nice. Aber der letzte, der da hinten wird schwieriger. Weil, äh, wir haben halt, ne, keine Fläche, wo wir so richtig gut Anlauf nehmen können. Da ist nur ein Block an Block und jeder zweite verschwindet. War nicht viel näher. Ein Ticken näher war es. Und deswegen hat es gereicht. Aber ja, es war nicht viel näher. Aber ist auch egal. Hauptsache es hat funktioniert. Aber ich mach mir eher Sorgen um den, um den hinteren Stern. Um den mach ich mir gerade Sorgen jetzt. Weil wir werden immer, wenn wir mal Tick, Tick. Ja, wie soll das denn gehen? Wenn die mal Tick, Tick, Tick machen und weggehen, dann kann man ja... Hä? Mal schauen, wenn wir da hinten ankommen, was dann passiert. Der erschreckt, der Ape hier einfach. Uh. Oh, kein Checkpoint? Doch, wenigstens ein Checkpoint. Uh. So, wie soll das jetzt gehen? Oh. Oh. Oh, ho, 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 ho. Mhm. Sprung, sprung, sprung. Nee, das war scheiße. Ja. Ich erschrecke dich mit meinen Chat-Nachrichten. Ja. Der erste war schon ganz, ganz, eigentlich knapp. Oder? Komm, okay, nice. Okay, nice. Ach. Ey, P, das wäre doch viel zu einfach. Hast du gesehen, wie ich das lieber mache? Ich brauche, ich brauche halt die Herausforderung. Siehst du das nicht? Das wäre viel zu einfach. Das muss, das muss so gemacht werden. Nein, du hast recht. Das geht auch. Ja, Entschuldigung angenommen. Aber ich hoffe, das passiert nicht noch einmal. Okay? Oh, Moment. Oh. Da waren wir noch gar nicht. Okay. Oh, Kula-Kunst. Mit der, mit der Balancier-Kugel. Spaßig, spaßig. Tralalalara. Bald sind alle grünen Sterne da. Juhu. Also das heißt bald. Wahrscheinlich nicht heute, aber beim nächsten Mal. Aber safe im nächsten Stream. Und ich habe ja auch vorhin gesagt, das ist safe der vorletzte Stream Mario Galaxy. Danach wird safe der letzte Stream sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir werden heute noch so auf 180, 190 kommen. Schätze ich mal. Und dann beim nächsten Mal, denke ich mal, alle schaffen. Obwohl das dann auch immer noch viele. Wo, auf 180? Wie? Ja, 180. Ach, auf 180 von wegen ausrasten, oder was? Ah. Nee. Hörst du das? Der Schlüssel? Ja. Der, der, der. Safe. Safe glitzert der. Safe glitzert der. Ach, bevor ich durch das Spiel auf 180 bin, quitte ich das. Hier ist nix. Wir müssen weiter. Was meinst du jetzt? 179? Wie, was meinst du jetzt? 179? Das ist n Leben. Langsamer, vorsichtig. Es glitzert. Ich schwöre, es glitzert. Boah. Okay. Oh, wir waren hinter dem Stern, oder was? Weil du vor 180 das Game verlässt. Ach so. Ach so, ach so, ach so. Das meinst du. Ja, ja gut. Jetzt nicht bei Sternen. Jetzt nicht bei Sternen. Ja, wie soll man das einschätzen? Ob man die richtige Linie hat. So, Mann. Nur vom Ausrasten. Ich weiß, ich weiß. Aber 179? Ach komm, ist doch egal. Ist so anstrengend. Hallo, Fliege. Glück gehabt. Boah, die Fliege nervt. Ich wollte die nehmen und an einen besseren Ort bringen. Ohne Schmerzen und Leiden und Gefahren. Das war meine Intention dahinter. Ich hab's nur gut gemeint. Naja, wenn ich sie vermatscht hätte und sie wäre gestorben, wäre sie ja an einem besseren Ort gewesen. Von daher ist es gar nicht mal so gelogen. Warum gehst du da nicht an den besseren Ort? Ja, noch nicht. Und weil mich ja auch bis jetzt noch keiner zermanschen wollte oder zermanscht hat. Wenn das irgendwann jemand tun würde, dann ja. Sie hat die Fliege sich hier auf meinen Mikrofonarm gesetzt. Die will mir auch zugucken. Oh, ich hab nichts getan. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Warum ist das eine dumme Aktion, ey? Sterni? Vivo-Sterni. Was für ein Sterni. Boah. Der zweite Stern ist irgendwo da hinten. Hoffe ich zumindest. Ja, den suchen wir gerade. Der kam doch noch nicht. Bin ich vorbei am Stern? Nein. Wir sind am Stern nicht vorbei. Ich hab nichts gehört. Das war der erste Stern, der geglitzert hat. Oder nicht? Ich dachte, der Sound wäre noch vom ersten gewesen. Doch, der zweite ist da hinten. Alles gut. Ich hab ihn gesehen schon. Ich hab ihn schon gesehen. Ja, links. Aber Yaud ist auch wieder so fies, ne? Mein Gott, es war so klar, ey. Aber schau dir das an. Wir sind durch den Stern durchgesprungen. Ja. So einfach, weil schwer. Ist so. Ist so. Das ist wirklich so. Bei solchen Sternen braucht man einfach zwei Versuche. Es geht nicht anders. So, ich muss aber wieder pinkeln. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.